Ich hatte zuletzt gesagt, ich halte auch hier drauf und es geht weiter direkt. Erstmal hier Lichter machen. Ah, ein Schlüssel. Der Key. Okay, das ging ja einfach. Ich dachte, da kommen jetzt irgendwie noch ein paar Probleme. Oh, schon mal ein bisschen locker hier, ne? Ich habe das Schöne geschickt. Ich habe das Schöne geschickt. Ich habe das Schöne geschickt. Ja. Oh, das ist safe. Das save. Am saveen, dann passiert jetzt wieder was. Oh-oh. In den Kopf! Yeah. Oh, Mann. Boah, wie viele sind das? Oh, Mann, Alter. Warum schießt immer erst einmal daneben? Ah, jetzt aber richtig. Oh-oh. Scheiße, das ist gut. Mann, ey, so langsam kriege ich auch Sympathie zu der zweiten Gruppe hier, also quasi zur ersten, aber ich meine damit Kenny und so. Äh, also dass ich doch vielleicht bei der Gruppe, die ich jetzt hier getroffen habe, ähm, bei der allerersten Gruppe bleibe, weil die doch irgendwie mir helfen und nett sind. Auch wenn Kenny dann, äh, vielleicht traurig ist. Boah, da war wohl ein bisschen zu viel Druck hinter. Ah, das Messer. Mal die Waffe nehmen. Toll, er ist auch ein guter Kerl, dann würde ich auch bei ihm bleiben. Oh-oh. 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 Das ist eine Lügnerin. Das ist eine Lügnerin. Ihr Clementine gleich Mission Impossible oder beziehungsweise ihr Einbieter auf Metal Gear Solid, Kleine Snake, kriegt allen das Genick, gleicht sich von allen an und tötet sie alle. Eigentlich will ich diese Frau zuerst hören, weil sie hat uns schamlos ausgenutzt. Das ist eine Lügnerin. Das ist eine Lügnerin. Das ist eine Lügnerin. Das ist total großartig. Bill wird es lieben. Der Rest könnte irgendwo sein. Das ist eine Lügnerin. Das ist eine Lügnerin. Wie werden wir diese Leute an den anderen und auch an sie zu suchen? Johnny, komm zurück! Kloppen da unten wie wild rum. Bin ja mal aufnehmen. Das ist eine Lügnerin. Oh oh. Oh! Oh. Oh, okay. Oh. 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 Was hat er vor? Er hat mir gerade das Leben gerettet, töte ihn nicht. Ja, das ist doch Rebecca. Ah so, Rebecca, ach. Das ist wirklich einfach. Du willst das überrascht, ihr spielt alle gut. Und schau dir deine Gesichter. Er wird ihn töten. Nein, Alvin. Wir müssen da runter. Ich kann das nicht. Bec, das Baby. Du brauchst einen Doktor. Nein, wo ist Luke und Kenny? Nein, wir müssen Carlos helfen. Der einzige Weg, um ihn zu helfen, ist, was der Mann sagt. Was über Luke und Kenny? Schau dir die Schäden. Wir beginnen zu schießen und die Leute werden auf beide Seiten sterben. Woa, da kann er nichts. Find Luke, find Luke. Was ist die Schäden? Und du hörst ihn? Carver weiß, dass sie mit uns ist. Just stop, Mutter von meinem Vater, bitte. Wir gehen da runter. Er wird dich töten. Fuck you. Ich bin der Vater. Ich bin der Vater. Schau dir ihn. Clem, geh gehst du. Er wird ihn töten, Bec. Er wird ihn machen, 어쨌든. Du wirst nicht wissen, das. Schauen Sie, Carlos. Er wird ihn töten. Rebecca, wir müssen uns unterhalten. Bill, stop! Oh, die Finger, ey. Oh, die Finger, ey. Das muss wehtun. Oh, die Finger, ey. Oh, die Finger, ey. Don't move. I can't see him. Watch them. Whoa. No. Walter. That's for our man. Now, I didn't want to do this. But you ain't leaving me much choice. So here's what's gonna happen. I'm gonna march another one of your friends out here, and I'm gonna put a bullet in the back of their head. Well, you can give up now. Your choice. Hi, Alvin. You motherfucker. Alvin! Bill, no! Tell him to stop! Kenny, stop! No! You remember George, Alvin? You see, I do. I remember a guy that was your friend named George. I remember when you murdered him in cold blood. And why? Because you didn't like me. You could've lodged a complaint. You could've... You could've been civil. Bill, no! No! We'll do whatever you want. I love you, Becca. Bill, please! Whoa! Yeah, MacClementor! We can do this all night. Is that what you want? Is that what you want? Is that what you want? No, not. Das ist eine Familie. Okay, schau sie auf. Wir gehen zurück zum Camp. Ich weiß nicht, ob wir uns geholfen haben, Walt. Aber ich weiß, dass ein von uns noch nicht geholfen wird. Ich weiß, Leute, Zorro, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Sie sind unsere Brüder und Schäuze. Sie haben alle einen vitalen Weg, um zu spielen. Das heißt, sie können sie nicht zurück in die Welt. Ich kann es nicht finden, um ihnen zu vergeben. Die, die nicht akzeptieren, wollen sie es nicht. Ich wünsche ihnen, dass sie es hatten. Jetzt gleich kommen wir dann langer Abspann. Und da ich One Takes mache, tut mir das leid. Da muss man dann auch wieder wegskippen, würde ich mal sagen. Wir sind jetzt bei zwölf Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich würde sagen, ich lasse die Folge jetzt so. Ich lese das jetzt noch vor, was so tolles hier passiert ist. Gucken wir mal. Und dann mache ich hier einen Kack. Dann müssen wir uns die Endcredits nicht antun. Dann sind wir zwar nur bei 13 Minuten, aber das geht ja immer noch. 13 Minuten ist jetzt nicht so schlimm. I took blame for Sarah's photo. 41% haben es nur gemacht. Okay. Who did you sit with at dinner? Ein paar waren auch für Kenny. Told Walter the truth about Matthew. Auch 74. Left to find Kenny. Ach, das kann man auch noch machen. 46%. Okay. Ja, man hatte ja die Wahl. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Also was wir gemacht haben. Ob es dann anders ausgegangen wäre, glaube ich nicht. Es wäre so oder so dann geendet. Dass die uns mitnehmen. Ja. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr wisst schon, lasst ein Like da. Tippt in die Kommentare. Das war jetzt das Ende von der zweiten Episode. Ich starte, denke ich mal, heute noch mit der dritten. Ähm. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem weiteren Let's Play. Es sind noch, ich zähle schon die Tage. Hoffentlich werde ich nicht zu sehr enttäuscht. Ich meine, ein Brüller wird es nicht. Aber ich freue mich auch noch. immer noch auf Tails. Äh. Das RPG-Game. Kommt nämlich auch für den PC raus. Und darum wollte ich es dann zocken. Ich als kleine RPG-Freak. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei einem nächsten Let's Play. Also. Ciao. Nicht bis dann. Ciao. Nicht bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.